I'm just praying. Oh, ja. Wir können ja load-gain, genau. Moment. Ich hatte gerade irgendwie ein paar Problems. Ich werde einfach am Ende der Aufnahme, da muss ich dran denken, erst das Spiel schließen, dann die Aufnahme beenden. Aber hey, grüßt euch, pass auf. Ja, es gibt eine Neuerung ab dieser Session. Und zwar, ich nehme jetzt mit 1440p auf, also 2560 mal 1440 Pixelinos, weil ich es sowieso schon die ganze Zeit so spiele und glaube ich dadurch, also solange es quasi meine Performance nicht so stark einschränkt und die Dateien nicht so groß werden, was jetzt nach den ersten Tests nicht der Fall war. Sollte es eigentlich so schöner sein einfach für euch. Dauert ein bisschen länger zum Prozessen von Videos, aber das ist ja nicht so wichtig, bla bla. Sollte jetzt schöner aussehen, ab dieser Session. Mal gucken, wie das funktioniert und wie das funktioniert und ob vor allem das Spiel durchhält. Außerdem habe ich jetzt auf 60 FPS was weiß, wie heißt es maximiert gecapped, ja, weil das ja nicht immer runterscallen muss, es gibt immer 60 FPS auf YouTube, zumindest bei uns, bei M&G Dagger. Von daher, ja, genug zum Intro. Wir haben nicht mehr so viel Muni. Ich sehe gerade, stimmt, wir hatten ja den Big Babo gemacht und ein bisschen rumgeballert, aber ich muss hier auch weg von dem, von dieser lauten Mühle, deswegen rein. Ich finde, die Texturen sehen echt nicht so gut aus, also ich weiß nicht, geht deutlich besser. Ich weiß nicht, warum das so ist auf einmal. Ich will jetzt auch nicht mehr so viel rumspielen, ehrlich gesagt. Herein. Weiß nicht, ob es einfach nicht lädt oder ob es, was das Problem hier ist. Ich glaube, leider habe ich die Texturen nicht. Kann natürlich immer auch vorkommen, ne? Na, wollen wir weiter. Weil eigentlich habe ich ziemlich haie Einstellung. Down we go. Ich bin echt mal gespannt, wie viel besser das aussieht auf YouTube. Da habe ich schon Bock drauf. Sag mal, sind wir ja auch nochmal irgendwann unten. Labyrinth Puzzle? Kommen wir jetzt zum Mr. Heisenberg oder was? Hat man nicht gehört, draußen wurden gerade Flaschen entsorgt. It's locked from the other side. Yes. Okay. Dann kann ich ja nur in eine Richtung gehen, eigentlich. Aber es bringt noch irgendwas. Wir kommen nicht hoch. Natürlich nicht. Es wäre schon mal nicht schlecht, wenn du die Taschenlampe anmachen könntest, Ethan. Aber es stimmt. Können wir Mr. Heisenberg ruhig mal wieder aufräumen. Oh. Ah, ist gar nicht Mr. Heisenberg. Oh, der gönnt sich eine schöne Sendung. Ist doch schön. Alme爆, wie soll ich da machen? Mother Miranda, wenn es für dich ist, würde ich nichts tun. Hallo. Ich werde das einfach annehmen, was? 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 Was macht ihr mit Mother's special child? Nein, sie ist nicht hers. Oh, du hast etwas zu sagen. Was meinst du, Mutter's spezielle Kind? Mutter will sie ihr Baby zurück. Kein Scheiß mit mir. Warte, 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 warte. Wenn du das, dann die anderen lachen. Aber wenn ich besser als sie... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Was ist so lustig? Du bist schluss. Du sprachst zu viel. Es ist alles vorbei. Ich habe den Weg in. Was? Das ist mein Land. Ich will nicht, du bleibst. Schade. Dankeschön! Moro. Ah, shit. Und man kann nicht... Das ist scheiße, ich hab nur... Ja, okay, chill. Geht's da hin weiter? Oder ist hier Schluss? Ist das eine Zitrone? Ich dachte, das wäre eine Goat oder so gewesen. Hm. Aber das höre ich. Ich höre überall Sachen. Okay. 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 No giant fish please. Äh... Warum... Will ich das? Ich hab... Okay. Aber ne, es geht ja nicht weiter, gell. Ich muss ja da lang. Hier hab ich ein Key. Six Winged Unborn Key? Moment. Wo? Da, wo ich nicht mehr hinkomme. Da, wo ich nicht mehr hinkomme. Okay. Ich muss ja lang. Okay. 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 Da, woanders. In der Schaue in der Mäne. Well, well, well. In welcher Schaue doch? Damentsprechend gehts weiter, gell? Stimmt, hier wollte ich lang. Some force could break it. Wäre ja ohne springen können, wäre vielleicht einfacher gewesen. But it's okay. Hey, what's up there? I don't know much, I don't know how much it is. I know. What's up there? What's up there? Oh, no. Hmm. 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 Come on. Hmm. 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 Oh, wie geht's, Minis? Oh ja, okay, okay. Okay. Also kurz zu scannen, Mann. Hehehe. Okay. Boat key, nehm ich mit. Man hätte doch einfach hinten rum kommen können, aber... Ich bin halt ein bisschen dümmlich, I guess. Okay, aber gut zu wissen, dass man mit so einer... ähm... Bombe den Helm direkt abschießen kann. Das ist ja das, was gerade vergebildet ist, ne, I guess. Dann noch was zum Lunen. ... 80. Hier haben wir noch ein bisschen Handgun-Ammo. Ich krieg immer noch irgendwas. ... 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 oder weil es das skript und ich verlasse das gebiet ist ja jetzt ich kann selbst fahren ich kann nicht diese steuerung die kamera ist ein bisschen gut was soll ich machen also rein nur fische sind noch fischer sind noch fischer ja das war ein bisschen ich weiß ob es geht damit rechts mich lang hier geht es nicht weiter ok nichts zu erkunden disembark cool das ist so open world mäßig ist ja bist du das meint ok what the hell research post or something what the fuck are they doing here oh yeah yeah chris chris i gotta say i'm surprised you made it this far it'd be a shame if something happened to you know so chris why not you killed mia now do me and finish the job hey cap i'm getting some serious motion readings out here we should move on what kind of readings what's moving unknown but my guess is we've been here too long and miranda knows it hey 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 did you say miranda how are you involved leave it alone ethan you are out of your depth what about the sample analysis it's definitely related to the mold you stay out of our business oh ne nicht unter wasser nicht unter wasser bitte oh what if oh 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 Was? 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 Oh, nö. Digga. What do I do, what do I do, what do I do, run! Moro ist dieses dicke Kackvieh. Unfassbar. Okay, krass. Ich hatte aber trotzdem mal ganz kurz, weil ich irgendwie, wie wir es die Paras habe, kurze Pause machen. Ah, das ist crazy. Das ist crazy. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Nee, war ein Scherz. Boah, erst was zum speichern. Nicht, dass ich jetzt hier, ich glaube, es ist savet Auto, es gibt es auch savet, aber... Ja, krass, ne? Ja, krass, ne? Ja, krass, ne? Ja, krass, ne? Will ich jetzt ein Farbenpuzzle spielen, oder was? Wie, 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 wirklich das ist mit dem... Okay. Ich guck erst mal kurz, was es hier noch gibt. Das letzte Mal her, kommst du noch nicht weiter, wa? Okay, kommt man weiter. Öffne! Open Sesame. If I can drain the water... Shit, there's no power. Okay. To the Sluis... 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 Och, nun mal gucken, wer da drin ist. Da du, Junge, da duuuck! Wo komm ich denn da rein? Bin ich dumm? Warte mal. Ja, ich bin dumm, jetzt die Tür. Hey, moin! Das sind immer die schönsten... Meat. So. Little and often fills the purse, as they say. Oh, mhm... Halt, grüße ich mal noch Poultry? Meat Poultry, Fish Poultry? Halt, echt schade, dass die alles schon, heh, weggehauen haben, ne? Ähm... Können wir ja die Sachen wieder kaufen, einfach, ne? Oder zumindest die M16 holen, aber da müsst ihr halt auch... Ich wehe es doch auch nicht. Ne, den Bäcker-Spray auch noch nicht. Ja, same. Wir gehen natürlich mal weiter auf, wenn wir jetzt das nicht, dann kucken wir mal mal kurz im drinnen. Und dann, wir schauen mal kurz hin... Lassen los, schade, bis... Dann dann, da in der... Dann, ne?